Das wollen natürlich alle wissen, wie sind Sie zum Gesang gekommen? Ich war ursprünglich Kirchenmusikerin, Regionalkantorin am Dom in Würzburg und bekam einen Anruf von einer Freundin, die zur Charlotte Lehmann nach Hannover fahren wollte, um ihr vorzusingen und bei ihr zu studieren. Und sie hatte furchtbare Angst und war sehr nervös und bat mich mitzukommen. Und ich sagte, kein Problem, ich fahre natürlich gerne mit. Und als wir vor dem Haus von Charlotte Lehmann standen, dachte ich, wenn ich jetzt mal hier bin, singe ich auch mal vor. Und prompt sagte sie zu mir, Sie müssen Ihre Stimme eigentlich ausbilden lassen, kommen Sie doch jede Woche zu mir. Und so begann mein Sängerweg. Hier in Hannover? Applaus Applaus Applaus